Wie ist das Gymnasium Siegburg-Allee-Straße? Frau Pfalz und ich möchten euch heute das Gymnasium Siegburg-Allee-Straße vorstellen und erklären, warum das GSA genau die richtige Schule für dich ist. Wir beide sind zuständig für alles Organisatorische, also zum Beispiel für den Stundenplan. Wir arbeiten mit ca. 100 Lehrerinnen und Lehrern zusammen, die für den Unterricht zuständig sind. Das GSA ist eine Schulgemeinschaft, in der ihr immer jemanden finden werdet, der euch weiterhilft. Die Zusammenarbeit mit allen, die an unserem Schulleben beteiligt sind, ist uns sehr wichtig. Deshalb tauschen wir uns regelmäßig mit unserer SV und der Schulpflegschaft aus. Besonderes Engagement, z.B. im Bereich Sozialen, Musik oder Sport, zeichnen wir in einer feierlichen Verleihung mit dem GSA Schülerpreis aus. Sprachen werden bei uns groß geschrieben. Bei uns könnt ihr Französisch, Englisch, Spanisch und Latein lernen. Auf unserem Schullogo habt ihr bestimmt schon mal die Bezeichnung Abibach gegeben. Das bedeutet, dass ihr bei uns sowohl das französische als auch das deutsche Abitur abgeben könnt und damit dann später vielleicht auch französischen oder auch an internationalen Universitäten studieren könnt. Das GSA ist auch eine sehr musikalische Schule. Wir haben hier eine eigene Musikklasse und es gibt noch viele andere Möglichkeiten Musik zu machen. Hier auf dieser Bühne haben wir schon viele Talente entdeckt und wir hoffen auf viele weitere Konzerte, wo auch ihr daran teilhaben könnt. Als MINT-Schule und digitale Schule sind uns die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik wichtig. Mit eurem eigenen iPad, das ihr in der 5. Klasse erhaltet und natürlich auch behalten dürft, könnt ihr dann im Unterricht sofort loslegen. Damit das gut klappt, gibt es bei uns in der 5. Klasse das Fach ITG, in dem ihr lernt, wie ihr damit im Unterricht arbeiten könnt. Etwas zu lernen und auch bereit zu sein, sich dafür anzustrengen, ist in der Schule natürlich selbstverständlich. Aber auch nach dem Unterricht bietet euch das GSA als Ganztagsschule viele verschiedene Möglichkeiten, eure Interessen und Neigungen auszulegen. Ob Sport AGs wie Tischtennis, Rudern, Marathon oder Tennis, musikalische Angebote wie Band, Chor und Orchester oder auch die Antirassismus AG. Bei uns findet jeder ein spannendes Angebot. Wenn du neugierig auf unsere Schulgemeinschaft geworden bist. Wenn du neue Talente und Fähigkeiten an dir entdecken möchtest. Wenn du Lust auf neue Herausforderungen hast. Wenn du Verantwortung zeigen möchtest. Dann ist das GSA genau die richtige Schule für dich. Musik 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 Musik